Die Liebesflamme des unbefleckten Herzens Mariens Geistliches Tagebuch Seite 116, 17. Dezember 1962 Die Worte der heiligsten Jungfrau drangen in meine Seele wie eine Erleuchtung. Meine kleine Tochter, warum quälst du dich ab? Warum wolltest du in zierlichen Worten über meine Liebesflamme sprechen? Halte dir deinen Beruf vor Augen, das Leiden. Denke an die Worte, die dir mein göttlicher Sohn sagte. Leide und bringe ständig Opfer. Deine Leiden sind nicht umsonst, aber nicht deine Aufgabe ist es, wer meine Liebesflamme verstehen soll. Kleines Werkzeug, sei nicht verwundert, dass du nicht in Beredsamkeit sprechen konntest. Ich bin es, die handelt. Ich bin es, die die Flamme meines Herzens in der Tiefe der Herzen anzündet. Ich war es, die deine Worte stillgelegt und deine Vernunft getrübt hat. Ich wollte nicht, dass Überheblichkeit sich in deine Seele einniste. Das wäre ein großer Fehler gewesen. Du bist ein kleines Werkzeug in unseren Händen. Wir achten auf dich, dass die Sünde nicht an dich herankomme. Nimm dich in Acht in den Versuchungen, denn der Böse nimmt jede Gelegenheit wahr, um deine Demut ins Wanken bringen zu können. Gelobce, Jézus Christus, in Ewigkeit. Amen.